Hallo, was machen Sachen? Ja, ich habe mich seit längerem mal wieder einen VTuber Charakter versucht, den guten Jungen hier. Er hat noch keinen Namen, ich komme später dazu warum. Ich will jetzt einfach mal ein bisschen was dazu erzählen. Generell hatte ich mir im Vorhinein keinerlei Gedanken gemacht, außer dass ich ihm halt in Richtung eines Honigdachs machen möchte, dass das halt so meine Inspiration war. Aber ich habe mir keine großartigen weiteren Gedanken gemacht. Das ganze Modell ist auch komplett in einem Stream entstanden auf Twitch. Ich werde wahrscheinlich hin und wieder auch mal Charaktere erstellen auf Twitch. Entweder halt Aufträge, die ich momentan wieder annehme, falls jemand da Interesse hat. Oder halt einfach random, welche Charaktere wie jetzt unseren Honigdachs Jungen, die ich dann halt später anders wie meine anderen Charaktere bisher, die ich halt alle gratis zur Verfügung gestellt habe, über ReWorldHub. Das ist unten verlinkt, wenn da jemand Lust hat. Einfach mal zu schauen, was ich schon gemacht habe und Charaktere auszuprobieren. Möchte ich das bei ihm halt jetzt anders machen oder generell bei zukünftigen Modellen anders machen, da ich da ein bisschen mehr zusätzlich mache. In Richtung halt Blendshapes, bei ihm Animation. Das war auch mein Hauptziel bei dem Modell, dass ich halt Sachen ein und ausblende durch Animation. Bei ihm halt, er hat zwei verschiedene Outfits, ein T-Shirt und Hoodie. Das kann man dann halt in VC-Face wechseln. Wichtig ist, dieses Modell funktioniert tatsächlich nur für VC-Face, da ich die VC-Face SDK genommen habe, für halt gerade diese Animation von Sachen ein- und ausblenden. Und er hat auch einmal ein Stück Kodisch bekommen, so einen Honeycown, das ich auch modelliert habe im Stream. Leider hat das ein paar Problemchen gegeben und ich habe den Abschnitt einfach rausgemacht, weil da gab es ein paar Bildstörungen und das fand ich doch ein bisschen irritierend. Daher gibt es den Honeycown modellieren nicht. Ist jetzt auch kein großer Wettuntergang, denke ich. Der Charakter an sich ist ein bisschen interessanter. Ja. Und wie gesagt, ich möchte das ein bisschen anders machen. Anders wie halt die anderen Modelle, die man gratis von mir kriegt, halt in V-Ray Hub, möchte ich ihn halt verkaufen. Man kann ihn quasi adoptieren. Dann ist halt dieses Modell für denjenigen, der er kauft. Komplett. Kein anderer hat ihn. Also, falls jemand Interesse hat an diesen wunderbaren Honigdack-Jungen, könnt ihr mich anschreiben. Noch ist er frei. Ja. Wie dem auch sei. Kommen wir zur Erstellung des Modells. Wie ihr wahrscheinlich die ganze Zeit gesehen habt, nutze ich auch für dieses Modell in V-Ray Studio für die Basis. Ich habe dort halt Körper festgelegt und die Gesichtsstruktur festgelegt. Etwas mit den Blendshapes gemacht. Da habe ich mir grob eingestellt. Wir werden später in Blender ein paar mehr Blendshapes machen. Also der kann ein bisschen mehr wie nur diese Standard Blendshapes. Fröhlich, Traurig, Wüten und so weiter. Ich habe die Wüten ein bisschen angepasst. Da habe ich zwei Versionen draus gemacht. Einmal die aus V-Ray Studio und einmal habe ich halt in Blender eine gemacht, die ich persönlich ein bisschen besser finde. Sonst hätte sie ja einschränkt, glaube ich, eher weniger gemacht. Ja, wie ihr selber die ganze Zeit seht, kann man halt mit der neuen V-Ray Studio Beta halt schon sehr, sehr, sehr viel machen. Man hat wesentlich mehr Möglichkeiten, was zu machen. Ihr seht auch, wie ich einfach die ein oder andere Textur, die man aus V-Ray Studio hat, halt anpasse. Ich werde fürs T-Shirt und den Hoodie ein bisschen mehr machen in Photoshop. Seht ihr dann, wenn wir soweit sind. Dann habe ich immer ein kleines Logo gemacht. Das habe ich ihm schnell gezeichnet und halt vorne auf sein T-Shirt gemacht und hinten auf sein Hoodie. War ein bisschen schwierig. Das auf den Hoodie zu kriegen, weil der Rücken halt zweigeteilt ist. Aber ihr werdet es sehen. Da hatte ich ein bisschen gestruggelt, bis ich das so hatte, wie dass das passt. Und ich bin auch sehr begeistert generell von der neuen V-Ray Studio Beta. Die Modelle sind halt wesentlich smoother. Die haben deutlich mehr Polygone. Es sind sehr, sehr viele Optionen an Texturen, dass man halt nicht direkt immer alles selber zeichnen muss. Man kann natürlich, man kann halt auch die Sachen, die halt vorhanden sind, schon ein bisschen editieren oder halt komplett neu machen, wie einem das blieb, dass man halt nicht unbedingt auf Blender angewiesen ist. Für die Leute, die im Blender arbeiten, ist das halt auch noch viel besser. Man hat halt, wie gesagt, deutlich mehr Polygone. Wir werden auch das eine oder andere wahrscheinlich, werde ich euch noch zeigen, was man halt im Blender so machen kann. Wie man so ein paar Sachen sich verändern kann. Wie man jetzt beispielsweise Blendshap aufsetzt oder halt generell irgendwas anpassen. Ich will jetzt demnächst im Tutorial machen, wie man halt neue Bones dazu setzt. Das hatte ich eigentlich schon länger geplant. Habe ich aber doch ein bisschen vertrödelt. Momentan ist wieder ein bisschen stressig bei uns. Das geht aber bald wieder rum. Wie gesagt, das ist das, was ich geplant habe generell. Dass ich halt noch ein bisschen was zu dem Thema mache, weil mich interessiert das halt selber. Ich mache das halt selber gerne. Und ich denke, der ein oder andere hat auch schon Interesse daran, wie er sein eigenes Model aufpeppen kann, selbst eins machen kann. Oder halt generell, was halt man so mit so einem Modell machen kann. Und ich habe das ein oder andere Experiment damit davor. Mal sehen, wie weit ich komme. Wenn ich erfolgreich bin, zeige ich euch natürlich, wie es geht oder das Result. Ja, momentan kann ich leider auch nicht alles testen, weil ich habe einfach auch nicht alle Sachen zu Hause. Also das, was ich testen kann und probieren kann, das teile ich gerne mit euch. Aber ja, wir sind ein bisschen abgeschweigt. Wir wollten eigentlich über unseren Jungen hier reden. Ihr seht, ich habe halt wirklich für ihn jetzt da halt primär der Fokus bei mir jetzt lag, dass ich halt in Blender halt Blendshapes anpassen möchte. Ich möchte die SDK in Unity testen. Auch generell. Ich habe den Unity Part leider jetzt hier nicht drin. Das war dann doch alles ein bisschen lang, weil das Video an sich ist jetzt schon doch sehr lange. Und ich wollte das nicht noch weiter hinaus zögern. Ihr habt ja schon ein paar Toros von mir. Da könnt ihr ja reingucken, wenn euch der Unity Part interessiert. Oder wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mich auch gerne diesbezüglich einfach gerne fragen. Ja. Ja, reden wir ein bisschen weiter über uns. Wir sehen, wir sind ja momentan bei den Haaren angekommen. Wie ihr seht, habe ich einfach die vorgefertigten Parts, die, wie man studiert, zur Verfügung stehen, halt genutzt, um mir sowas zusammenzupusseln, wie ich es mag. Ich habe das eine oder andere verändert. Ich habe es hier mal länger gemacht, hier mal kürzer gemacht. Dann habe ich die eine Strähne mal rausgelöscht, dann halt mal eine hinzugefügt und so weiter. Dann ist es halt so gebastelt, wie ich es möchte. Und da dieser Junge ja ein Honigstack sein sollte. Ähm, die haben ja diese weißen Streifel auf dem Rücken. Ich wollte ihm jetzt nicht unbedingt einen Topfschnitt geben, obwohl das halt für das Tier gepasst hätte. Es sieht tatsächlich oft so aus, als hätte so ein Honigstack einfach einen Topfschnitt, weil er einfach diesen weißen Part auf dem Kopf hat. Wenn man ihn direkt von vorne sieht, könnte das mal als Topfschnitt interpretieren. Das war jetzt so nicht meine Intention. Ich wollte ihn schon ein bisschen wilder darstellen. Da habe ich mich entschieden, dass ich einfach einen Großteil des Haares, das oben zu sehen ist, weiß mache oder hellgrau in dem Falle. Ganz weiß habe ich es nicht gemacht. Und halt den unterliegenden Peil halt deutlich dunkler, fast schwarz. Generell beim Einfärben versuche ich meistens immer darauf zu achten, dass ich nicht ganz ins weiß und nicht ganz ins schwarz gehe, sondern dass ich immer so eine, entweder eine gleiche Graustufe drinne habe, also dass es nicht komplett schwarz oder weiß ist. Oder halt tatsächlich ein bisschen mit Farbe, so einen kleinen Hauch Farbe. Es wirkt oft natürlicher und angenehmer im Auge, wenn man das halt so macht und nicht komplett diese Farben durchknallt. Gerade bei schwarz und weiß. Bei weiß sticht halt doch sehr in den Augen oft, wenn man halt die volle Pulle auftritt. Und schwarz sieht halt auch sehr komisch aus, weil das halt komplett ein reines Schwarz ist. Also es ist wirklich dieses lieber ins Graue gehen, vielleicht ein bisschen mit Farbe rein. Das wirkt oft ein bisschen schöner. Gleiches auch für die Augen. Das Augenweiß, dass man halt dann auch ein bisschen Farbe mit drin hat. Meist geht man dann halt bei den Augen tatsächlich in den Blau hinein, dass man so minimal so einen kleinen Hauch Blau mit reingibt und halt nicht komplett aufs Weiß geht. Es wirkt meistens ein bisschen schöner wie halt dieses reine Weiß. Wenn man jetzt einen kompletten Cartoon-Charakter macht, der wirklich sehr sehr cartoony ist, kann man auch Weiß nehmen. Aber wie gesagt, Weiß sticht dann doch halt sehr in die Augen. Also wenn man möchte, dass die Augen halt krass auffallen, dann kann man ins Weiß gehen. Aber bei so an die Figuren will man ja auch ein bisschen, dass sie halbwegs ins Realistische reingehen, dass man halt, ja, ja, nun mal so, was ich halt, wie ich mir das halt denke. Ob ihr das umsetzt, ist halt eure Sache, ist halt meine Ansicht der Dinge. So, Weiß sind wir fertig. Gehen wir ab zu Blender. Wie ihr gesehen habt, ich habe das Modell ganze zweimal exportiert. Einmal mit der Version im T-Shirt und einmal mit der Version im Hoodie. Macht das mir halt einfach leichter, da ich beide Klamotten, die ich haben möchte für ihn halt in Weiß Studio habe. Ist sehr praktisch für mich. Ich kann einfach beide direkt schon an den Charakter anpassen. Falls ihr Klamotten woanders ihr habt, müsst ihr die eventuell im Blender ein bisschen bearbeiten, dass sie halt auf den Charakter drauf passen und dann auf das Rück drauf passen. Wir werden uns demnächst wahrscheinlich irgendwann mal angucken, wie es funktionieren könnte, wenn ihr euch halt Klamotten von Booze oder von SketchUp oder was weiß ich der Geier woher holt. Wie immer die dann an den Charakter kriegen. Das ist halt auch mit den Rigs Pass, dass halt die White Paints gesetzt sind. Das werden wir uns mal angucken. Als nächstes ist halt, wie gesagt, wir werden uns angucken, wie halt neue Bones gesetzt werden. Da geben wir auch ein bisschen noch White Paint ein, was das eigentlich ist, wie das funktioniert. Wir werden jetzt nicht sonderlich in die Tiefe gehen, sage ich jetzt schon mal, weil das ist halt auch ein größeres Thema, aber so grob worauf ist zu achten, wo muss was hin, dass das so funktioniert. Werden wir dann im nächsten Literal halt einfach mal uns ansehen. Ich weiß halt leider noch nicht, ob wann ich es schaffe, das hochzuladen. Habt ein bisschen Geduld mit mir. Ja, wie ihr auch bei mir gerade seht, musste ich halt die Bones anpassen. Ich hatte ein kleines Upsi gemacht. Ich habe das falsche Skelett gelöst, also das falsche Wickelecht. Ich wollte das eigentlich behalten, das für den Hoodie war, da halt dort auch Bones sind für die Schnüre am Hoodie, dass sie sich halt ein bisschen mit Felix bewegen können. Ja, dummerweise habe ich dort einfach rausgelöscht. Wissentlich aufgepasst, aber ist nicht so schlimm. Ich habe einfach die Bones, die an den Brüsten sind, halt zweckentfremdet. Auch männliche Modelle haben dort Bones. Bei den weiblichen ist klar, wofür die genutzt werden. Natürlich für Physix, für halt das, was vorne dran ist. Bei männlichen Modellen braucht man die jetzt nicht so unbedingt. Man kann es nutzen für halt verschiedene Spielereien, über Animationen, über ein Bizeps anziehen oder so weiter. Könnte man machen. In dem Fall brauche ich das nicht, da er T-Shirt und Hoodie anhat. Ich habe kein Nude-Model von ihm, weil ich halt auch nicht aufgepasst habe und nicht realisiert habe, dass man, wenn man in WeWorld Studio halt T-Shirt anzieht, direkt einfach, ja, das Modell direkt schon ausgeschnitten wird. Das habe ich nicht bedacht. Ich war dann aber auch zu faul, nicht nochmal raus zu exportieren, dass ich halt auch nochmal ein oberkörperfreies Modell habe. Wenn da Interesse besteht bei demjenigen, der sich das Modell holt, kann ich das natürlich ändern. Aber meistens ist das jetzt nicht so von Vorteil, wenn die Charaktere halt oberkörperfrei sind. Egal ob Männlein oder Weiblein, wenn man das Modell zum Video aufnehmen möchte oder das Film möchte, ist, glaube ich, das nicht so gut für YouTube oder Twitch, wenn die halt doch, ja, oberkörperfrei sind. Egal ob Mann oder Frau. Ich glaube, das kommt nicht so gut. Wie dem auch sei, die Option würde dort steht. Ihr seht auch hier, ich bin da über ein kleines Problem gestolpert, da halt die Bones einen anderen Zweck hatten, sind auch die Weight Pains ein bisschen anders. Das habe ich alles angepasst. Sprich, ihr seht ja, wenn ich mit meinem Charakter zurückgehe, macht der Oberkörper halt so ein paar komische Faxen. Das habe ich dann halt angepasst mit Weight Pains umzeichnen, dass sie halt dann auf die Bände sind. Und die könnte ich dann halt über Physics anpassen, dass sie sich halt, wenn der Charakter sich bewegt, sich ein bisschen mitbewegt. Ja, wie ihr auch gerade seht, habe ich in Photoshop die ein bisschen angepasst. Wer sich wundert, dass ich die Maps auf diese Art und Weise habe, ich habe die beim Exportieren halt zusammengepackt. Das ist halt einfach simpler für mich, wenn ich halt anstatt 10, 15 verschiedene einzelne Materialien habe, dass ich die halt alle zusammen auf einer großen Alpha-Map habe. So nennt sich das, wenn man verschiedene Teile eines Modelles halt zusammen auf einer großen Map hat, anstatt viele kleine zu haben. Ist halt ein bisschen praktischer. Wenn man daran denkt, das halt beim Exportieren zu machen, hat man es halt sehr einfach, dass das halt alles so auf einer großen Alpha ist. Ja, macht einem das Arbeiten doch viel einfacher, gerade in Unity, wenn man halt nicht zig verschiedene Materialien in Landpositionen ziehen muss, sondern dass man nur zwei, drei oder so hat, macht einem das Arbeiten deutlich leichter. Ja, und wie ihr halt, ja, beobachten konntet, habe ich ihm halt ein kleines Logo gezeichnet. Dieser Honigdachs in der, ja, so von der Seite her. Einfach als kleines Logo, dass man halt einfach nicht nur das Blanke-T-Shirt hatte. Ich war ein bisschen überlegen, ob ich ihm auch irgendwie ein Muster geben wollte, aber ich hatte das jetzt nicht so als passend empfunden, weil so ein Honigdachs halt doch einfach nur schwarz ist mit dem weißen Streifen auf der Mitte und breiten. Das hatte ich jetzt irgendwie, fand ich jetzt irgendwie ein bisschen komisch. Ich hatte auch keine anderen Ideen großartig für Klamotten. Da bin ich auch ein bisschen unkreativ, muss ich ehrlich gestehen, was das angeht. Also habe ich ihm halt einfach ein Logo gezeichnet, dass ich ihm vorne auf das T-Shirt traf, mache und halt hinten auf den Hoodie. Ihr seht meinen kleinen Struggle so ein bisschen mit dem richtigen Platzieren des Stückes des Hoodies, dass das halt wirklich zusammenpasst. Da muss ich ein bisschen hin und her probieren, weil halt, ja, der in der Mitte getrennt ist. Ich wollte jetzt auch die UV-Unwraps halt nicht noch mal ändern, während noch mehr Arbeit, also habe ich so ein bisschen hin und her probiert, bis es halt dann so gepasst hat, dass es halt sauber übereinander geht. Ja, wir neigen uns auch jetzt schon ziemlich stark dem Ende zu. Wir sind jetzt an den Blendshapes. Ich habe hier einmal die Blendshapes, die ich irgendwie bei Studio schon grob eingestellt habe, einfach noch mal verfeinert. Sprich, zum Beispiel habe ich beim Augenschließen das Stückchen, was halt offen geblieben ist, halt einfach geschlossen, angepasst über halt den Edit Mode. Ich habe auch halt ein paar neuere hinzugefügt oder halt generell alles angepasst über den Sculpt Mode, indem ich halt einfach das, was mir nicht bewegen möchten, einfach ausmaskiert habe. Den Rest habe ich dann halt über die Pinsel und meistens mit Symmetry ein bisschen angepasst. Auch hier gilt, wenn ihr Interesse daran habt, dass ich euch zeige, wie man halt Blendshapes in Blender macht, wie man die halt bearbeitet, wie man ein paar zusammenfügen kann, dass man neue hat. Gerne in die Kommentare, vielleicht mache ich das auch als Tutorial, einfach damit ich weiß, was möchtet ihr haben, worauf kann ich mich jetzt fixieren, was ist für euch wichtiger. Ich werde irgendwann alles nach und nach durchgehen, nur halt das, was euch interessiert. Wenn euch etwas interessiert, werde ich dann halt bevorzugen, wenn mir das in die Kommentare geschrieben wird, weil dann weiß ich immerhin, worauf euer Interesse besteht, weil ich kann keine Gedanken lesen. Sonst gehe ich halt einfach das durch, was mir gerade so den Sinn kommt, was ich denke, was sinnvoll ist, was ich denke, was manchen helfen möchte oder wo ich einfach Bock drauf habe. Wie gesagt, aber wenn ihr für irgendwas Interesse habt, auch sei es jetzt für Unreal oder für Unity, wenn ich dafür was machen kann, schreibt mir einfach, fragt mich in den Kommentaren, ob man dazu halt irgendwas machen könnte, dann schaue ich mir das mal an. Ja, wie gesagt, ich habe Blendshaps bearbeitet, Blendshaps neu gemacht, jetzt kann er halt einige lustige Grimassen ziehen und hat halt ein bisschen mehr Variationen in seinem Gesicht. Ja, es sind nur noch ein paar kleine Sachen, die fehlen. Wie gesagt, leider habe ich das Modellieren von dem Honigwaben leider nicht mehr drin. Ich habe ein bisschen noch was, das letzte Anpassung für die Texturen gemacht, sprich für das kleine E-Maut, was aufploppt, wenn er wütend ist und dann, ja, setzen wir in Unity zusammen, was ich halt auch nicht in dem Video habe, weil es halt eh schon sehr, sehr lang ist und wir können das alles testen. Ja. Ja, mir gefällt euch unser kleiner Honigdachsjunge. Wie gesagt, zur Zeit dieses Videos ist er halt noch zu haben, also wer sich für das Modell interessiert, kann sich bei mir melden, sei es halt über die Kommentare auf YouTube, auf Facebook, auf Instagram. Eigentlich kann ich mich fast überall finden. Ich habe ja genug Zeugs unten verlinkt, da könnt ihr draufklicken und wenn ihr halt Interesse habt oder halt generell Interesse auch an einem Modell für euch. Ich mache auch Custom-Modelle. Ja, wie gesagt, könnt ihr euch dann bei mir melden. Für den Rest hoffe ich, das Video war halt interessant für euch, hilfreich für euch. Ja, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns beim anderen Mal. Ja. 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 Ja.